hey leute wir haben es endlich gefangen wir haben in der letzten folge hier zu zieren gefangen eigentlich wollte ich nicht meine meisterball dafür verwenden aber ja es hat mich dann doch dazu gezwungen dass wir es mit dem meisterball fangen weil es irgendwie jedes meiner pokémon mit einem one hit zerstört hat aber na gut hauptsache wir haben es jetzt und ja wir haben da aber noch was erledigt zu erledigen und zwar im schlummerwald denn hopp ist ja zimmer center nachgelaufen und die befinden sich gerade im schlummerwald er hat mich ja angerufen auf den smart rotom und hier ist oxania was hat sie zu sagen hopp wartet hinten im wald auf dich soll ich dich hinbringen ja bitte gut los geht's das gefällt mir dass man da hier gleich so ein bord hat so und hier ist auch schon hopp und zimmer center ich bin gespannt ob er es schon gefangen hat weil es schaut eigentlich sehr friedlich hier aus hey ganz ruhig ganz ruhig alles ist wieder in ordnung hörst du du kannst dich selbst unter kontrolle halten ich glaube an dich immerhin bist du der held der die galerie und gerettet hat wow du du hast dich tatsächlich beruhigt fantastisch ich wusste dass du es schaffst du liebes bisschen hopp du siehst ziemlich durch den wind aus oh hi gut möglich ich war somit damit beschäftigt sommer center zu beruhigen dass ich alles andere vergessen habe unglaublich dass du einfach allein losgestürzt bist und den legendären held zu hell zu besänftigen es sieht glücklich aus ja finde ich auch es war aber echt kein zugeschlecken sage ich dir was echt jetzt ist das dein ernst was wills aber center von dir ich glaube es hat mein talent als trainer anerkannt und es möchte teil meines teams werden wirklich das ist ja großartig also wenn du es wirklich ernst meinst mal sehen und los hopp kann kann samazenta einfach mit einem pokéball fangen und ich habe zu ziehen mit dem meisterball gefangen und es hat fast jedes pokémon meines teams her geschlachtet hopp hat samazenta gefangen ich meine okay ich muss schon sagen ihr zwei seid echt unglaublich ich kann es selbst und nicht ganz glauben was dem passiert ist aber ich habe das gefühl dass ich dank all dem ein neues kapitel beginnen kann denn ich habe eine bitte an dich denk jetzt bloß nicht dass ich bettys nachahmen will aber würdest du bitte noch einmal gegen mich kämpfen hier wo alles angefangen hat im schlommerwald im schlommerwald ok dann würde ich sagen hopp ich nehme deine herausforderung an und wir kämpfen gegeneinander zum glück habe ich meine pokémon in der letzten folge noch geheilt denn ich habe es gerochen dass wir hier nach mal gegen hopp kämpfen werden beziehungsweise gegen irgendjemanden weil es war bis jetzt immer so enden in allos es gibt hier im pokémon schwert muss ich sagen sehr sehr viele kämpfe die zur story gehören das ist schon krass was das zwollock ist auf level 69 69 kaum gift streich was habe ich verpasst dass es hier also auf einmal alle pokémon so richtig stark sind so im ernst ja probiere einfach mal dynamex kanon es ist zwar kein dynamexiertes pokémon und wir können in diesem auch zum glück keine pokémon da einen maximieren und deshalb so zwollock das war ein mais riesiger tackle hopp hatte eigentlich ja gar keine zeit seine pokémon zu trainieren wie kann das so stark sein so flammenwurf dann war es das nicht mit zwollock aber na gut er hatte nur eine top genesung und sorry die für sein zwollock raus so dynamex kanone ha ja es ist ja oft so wenn die gegen ihre top genesung einsetzen können wir einfach zweimal angreifen keine ahnung wieso und wenn ich das einsetzen das ist ja nicht so und jetzt haben wir wieder das gleiche so wenn er jetzt risikoteckel einsetzt steht auch eine hohe chance dass es drauf geht ja leider nirgends ein level up aber na gut relaxo möchte ich das pokémon wechseln ja kommt erzielen mit sanctor klinge sollte hier eigentlich hier eine gute arbeit leisten und das ist auch die 15 auf level 70 ich habe es vorhin noch nie eingesetzt leute aber es sieht schon ziemlich geil aus relaxo ja sanctor klinge ist sehr effektiv deswegen würde ich sagen sanctor klinge und da ist es weg und relaxo hält normalerweise wirklich sehr sehr viel aus ja max ja 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 und ich habe es nicht zu verhindern und ich habe das pokémon eigentlich nicht weg und dann ja ich habe es nicht zu verhindern ja ich habe es nicht zu verhindern Mal schauen, wie stark das hier nur ist, wenn es nur effektiv ist. Das ist wirklich eine sehr, sehr starke Sache. Bitte nicht paralysiert sein, danke. Ja, komm hier, Knirscher. Jep. Weg mit dir, Präzibel. So, was hast du noch so auf Lager? Intellion. Oh, eigentlich wollte ich das Pokémon jetzt wechseln. Aber na gut. Dann eben nicht. Wow, Intellion hat er auch auf Level 70. Nicht sehr viel. Wie viel macht Giganten? Nicht 100. Für deine maximierte Bruchanhaltendoppel. Schaden. Sanktoklinge, Knirscher. Ja, Sanktoklinge. Quertrans wäre natürlich auch geil zum Einsetzen. Okay. Wie stark ist dieses Pokémon? Wie stark ist eigentlich zazieren? Kramor? Nö. Normalerweise ist meine Kampfattacke hier auch sehr effektiv, weil Stahl, aber Kramor ist ja auch gut. Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, ist auch effektiv. Wie stark ist das? 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 Ne, das will ich nicht. Ja, ich bin mir sicher, dass ich das nicht lernen will. Wie stark ist das? 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 Ja, da kommt Summer Center. Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Ja. Muss ich doch. Es ist zwar irgendwie peinlich. Klingt wie schnell. So hopp. Jetzt haben wir Center gegen Sazieren. Kampf der Giganten hier. Sehr effektiv, Sanktoklinge. Ja, dann kann es erzieren. Uh, fast ein One-Hit. Gigantenstoß. Ah, sieht aus. Sieht irgendwie nicer aus als Sanktoklinge, muss ich sagen. Das sieht um einiges geiler aus. Aber na gut. Das war's. Hopp. War ein guter Kampf aber. Muss man sagen. Yes, Goddarm 61. Ah, hopp. Du schaffst es einfach nicht. Dank dir, mein Bruder, werde ich immer stärker. Ich schulde euch wohl was. Ja, 11.000 Bokeh-Dollar. Neuf. Ja, neuf. Oh, neuf. Oh, neuf. Oh, neuf. Oh, neuf. Der allerbeste Champ hat wieder zugeschlagen. Du hast's echt drauf, Danny. Doch anders als früher macht mir eine Niederlage nun nichts mehr aus. Ich fühle mich trotzdem gut. Und weißt du warum? Ich habe einen neuen Traum gefunden, den ich verwirklichen will. Ich möchte jemand werden, der überall auf der Welt Pokémon hilft, die in Not sind. Ich möchte ein Pokémon-Professor werden. Der Gedanke kam mir, als wir von Stadion zu Stadion gehetzt sind, um die wild gewordenen Pokémon wieder unter Kontrolle zu bringen. Ich weiß, dass ich noch große Wissenslücke in Sachen Pokémon habe und eine Erfahrung mangelt es mir auch. Doch ab jetzt werde ich mich mächtig ins Zeug legen und büffeln, bis mir der Kopf raucht. Eines Tages werde ich mich dann zu einem Professor gemausert haben, auf den Sanja und du stolz sein könnt. Damit schlage ich zwar einen anderen Weg ein als mein Bruder und du, doch für mich wirst du immer mein Rivale bleiben. Das will ich auch kaufen, Hop. Versprochen. Du und ich. Wir waren auf ewig. Ha! Die Jugend. So unbeschwert und voller Enthusiasmus. Ich glaube, ich habe da was im Auge. Das stimmt also tatsächlich, dass ältere Leute näher am Wasser gebaut sind, hm? Wie bitte? Ich bin ja wohl selbst noch quick, lebendig und spritzig. Aber hör mal, Hop. Was hältst du davon, bei mir im Labor als Assistent anzufangen? Was? Ich habe alle möglichen Bücher und Dokumente über Pokémon, einfach perfekt für jemanden, der Pokémon-Professor werden will. Außerdem könnte ich dir so auf deinem Weg mit Rat und Tat zur Seite stehen. Da brauche ich nicht lange zu überlegen, ob ich das will. Aber kannst du mich überhaupt gebrauchen? Was für eine Frage, zumal ich ja jetzt niemanden mehr habe, der mit zur Hand geht. Auf dich wartet jede Menge Arbeit. Moment mal. Du suchst also bloß jemanden, der die Arbeit abnimmt? Naja, mir soll es recht sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Und dich auch nicht, Danny. Ja, seltene Liga-Karte von Hopp. Klatsch! 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 Oha! Oha! Wahrlich! Ein fabelhafter Kampf! Und welch ein rührender Wortwechsel! Oha! Um ein Haar hätte ich ein Tränchen vergossen! Schwerzold und Schildrich! Und Ness? Und du auch Bruderherz? Was wollt ihr denn Halle hier? Kein Grund gleich so einen Aufstand zu machen, junge Frau. Wir sind durchher gekommen, um Danny die Erde zu erweisen. Die beiden wollten sich Pardou nicht davon abbringen lassen, sich persönlich zu entschuldigen. Und ich bin quasi nur hier, um auf die beiden aufzupassen. Immerhin sind sie ja Nachkommen des alten Könighauses von Galar. Wie es aussieht, habt ihr euch saubere Arbeit geleistet, während ich im Rose Tower damit beschäftigt war, das Chaos zu beseitigen, das der Präsident hinterlassen hatte. Bruderherz! Du kannst dir gar nicht vorstellen, was die zwei da angestellt haben. Überall haben sie Pokémon zu deiner Maximierung gezwungen. Das hättest du einmal sehen sollen. Und wir bereuen unsere Tat zutiefst. Aus purem Egoismus haben wir in Kauf genommen, dass unschuldige Pokémon verletzt werden. Nichtsdestotrotz hat Danny unsere hochmütige Haut gerettet. Deine Großmütigkeit ist größer als Dynamax. Du wärst selbst als Königer geeignet als wir. Jetzt geht das schon wieder los. Was begreift ihr zwar endlich, dass Zerzieren und Zerzente die wahren Könige sind? Nein, nein, und nochmals nein. Wenn wir das Zerzter schon aus der Hand geben müssen, dann zumindest an Danny. Je genauer ich dich betrachte, desto mehr spüre ich, wie dich eine Aura der Berühmtheit umgibt. Die beiden haben zwar eine Schraube locker, aber irgendwie scheinen sie dich ins Herz geschlossen zu haben, Danny. Oha, schon so spät? Wir würden gerne noch verweilen. Doch wir müssen aufbrechen. Auf uns wartet ein großer Spießrutenlauf, bei dem wir uns bei allen Leuten entschuldigen, die uns durch unsere Datenunannehmlichkeiten erfahren mussten. In diesem Sinne, Adi! Hey! Wer hat euch erlaubt, einfach so abzuhauen? Hopp! Ja, was ist? Ich habe meinen Kampf gegen Champ Danny mitverfolgt. Du bist unheimlich stark geworden. Um einer hätte ich Gluraglaus gerassen und selbst mitgekämpft. Es freue mich sehr, dass du jetzt deine Bestimmung gefunden hast. Und du musst wissen, dass du meine volle Unterstützung hast. Aber das sage ich jetzt nicht bloß, weil ich dein großer Bruder bin. Nein, das sage ich dir auch als dein Rivale. Danke, Bruderherz! Delion ist jetzt nicht Champ Time, weil du bist kein Champ mehr. Wow! Ein Lob von Delion hört man wahrlich nicht alle Tage. Da ist es nur zuverständlich, dass ich dir mal die Worte fehlen habe. Ach, hör schon auf, Sanja. Also danke jetzt. Mache auch wir uns auf den Rückweg. Oh ja! Das ist die Gelegenheit für ein Wettrennen bis zum Waldrand. Los geht's! Okay, es scheint, dass wir alles Unheil aus dieser Welt geschafft haben. Und somit sehen wir zum zweiten Mal dieses Ende hier am rechts unteren Bildschirmrand. Schon komisch, dass man das zweimal sieht. Aber na gut, Leute! Somit haben wir wohl dann die ganze Story vom Pokémon Schwert beendet. Oder wartet jetzt doch noch etwas auf uns? Nö! Oh! Doch das Abenteuer ist damit noch nicht lange zu Ende. Du schnappst die Galar-Region nach neuen Pokémon und schnappst sie dir alle. In Squacity gibt es zudem den Kampfturm und ein Turnier wartet auf neue Herausforderungen. Stelle dein Können unter Beweis und misst dich mit stärkeren Gegnern als je zuvor. Okay! Gut zu wissen, Leute! Dann haben wir noch einiges zu entdecken hier in der Galar-Region. Ja, ich glaube, es gibt wirklich noch einiges zu tun. Neue Pokémon fangen, Dynamax Raids, dann auch noch der Online-Modus. Wir können, glaube ich, noch einiges machen. Deswegen wird das nicht das letzte Video hier von Pokémon Schwert gewesen sein. Aber wir haben mal die Story rum und jetzt können wir uns eigentlich nach Belieben hier bewegen. Wie gesagt, Umstyling steht auch auf alle Fälle an. Vielleicht gibt es ja das in einem der nächsten Videos. Gut. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt mal von diesem Video. Schreibt mir gerne mal rein in die Kommentare, was ihr so in nächster Zeit hier sehen wollt. Ich bin für Vorschläge sehr, sehr offen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Falls du neuer bist, Abo da lassen. Und wenn du kein Video mehr verpassen willst, einfach hier die Glocke aktivieren. Dann bekommst du immer sofort eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online kam. Ja, Leute. Genug geredet. Das war's. Vielen Dank. Wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut und haut rein.